Herzlich willkommen in der Wiedokindstadt Enger, Heimat erfolgreichen Mittelstands. Der attraktive Investitionsstandort liegt in Nordrhein-Westfalen, 15 Kilometer nördlich von Bielefeld, direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Die Autobahn A2 zwischen Dortmund und Hannover sowie die A30, die bis an die niederländische Grenze führt, vernetzen Enger optimal und überregional mit seiner großstädtischen Umgebung. Eine Fahrt ins Zentrum von Bielefeld, wo sich der nächstgelegene ICE-Bahnhof befindet, dauert 25 Minuten. Das wachsende Osnabrück inklusive des Flughafens Münster-Osnabrück ist in gut 45 Minuten erreichbar. Und auch der öffentliche Nahverkehr überzeugt. Umliegende Bahnhöfe lassen sich zügig erreichen und die Umgebung ohne Auto zu erkunden, lohnt sich wirklich. Unzählige Rad- und Wanderwege führen durch Wälder und Wiesen. 800 Kilometer Flussstrecke schaffen malerische Naturlandschaften und idyllischen Naherholungsraum. Der Landkreis Herford bietet über 250.000 Einwohnern jede Menge Platz im Grün. Und etwa 20.000 dieser Menschen leben in Enger. Der populäre Wohnort hat ein junges Image und trotzt dank reichlicher Zuzüge seit Jahren dem demografischen Wandel. Neben Arbeitnehmern und Familien fühlen sich auch starke Unternehmen in Enger wohl. Traditionelle Branchen, internationale Dienstleister und innovative Vorreiter aus den neuen Technologien sind hier gut vertreten. Dazu haben gleich zwei der wichtigsten Mittelständler Deutschlands ihren Hauptsitz in Enger. Mit Jahresumsätzen von über 80 Millionen Euro und umfassendem sozialen Engagement sind sie wichtiger Baustein der Region und tragen auch gesellschaftliche Verantwortung. Von den insgesamt 5.500 Beschäftigten sind mehr als 4.000 Arbeitnehmer im produzierenden Gewerbe und im Bereich Dienstleistungen tätig. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft liegt mit über 6.400 Euro pro Jahr und Person solide im Bundesdurchschnitt. Enger ist eine vitale Stadt mit hohem bürgerlichen Engagement und lebhafter Geschichte. Es gibt hier 80 Vereine, zahlreiche moderne Sportanlagen, ein Hallenbad und drei spannende Museen. Als Wahrzeichen gilt die hoch über den Dächern der Stadt gelegene Liesbergmühle aus dem Jahr 1756. Im romantischen Stadtkern, der nach einem städtebaulichen Konzept weiterentwickelt wurde, sorgt ein Immobilienmix aus Historie und Zukunft für Innovativität und neue Möglichkeiten. So ließ sich die Wohn- und Handelsfunktion stärken, die Marktfähigkeit der Objekte erhöhen und die Lebensqualität im öffentlichen Raum optimieren. Unser Objekt liegt in einer ruhigen Seitenstraße im Ortsteil Belke-Steinbeck. Mit dem Auto erreicht man das Stadtzentrum in fünf Minuten. Im Umkreis von 750 Metern gibt es einen Supermarkt, einen Kindergarten und eine Grundschule. Die nächste Bushaltestelle ist nur 250 Meter entfernt. Bis bald in Enger, dem jung gebliebenen Investitionsstandort. Bis bald. Untertitelung. BR 2018